Es ist mir eine große Ehre, einen wahnsinnigen Klassen-Sänger und Typen und Gitarristen auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Wir haben uns erst kennengelernt vor ca. anderthalb Jahren und mittlerweile haben wir so eine Art telefonische Freundschaft. Und ich hab ihn gefragt, ob er mich ein bisschen rausreißt, wenn ich da in Wien einmal auftritt. Und er hat sofort zugesagt, es ist mir eine große Ehre, den Andi Baum begrüßen zu dürfen. Es ist fix kein Telefonsex und ich bin dergleichen Meinung wie ihr, dass es ein Blödsinn, dass er mich braucht. Ich bin dankbar, dass du mich eingeladen hast, weil mein Alter kann ich mir nicht mehr so leicht machen. Es ist ein unglaublich schönes Stück Musik und Geschichte. Es war wie eine neue, eine sinnloser Strecke. Und es geht jetzt nur so und wollte das Telefon leiden. Ich wollte mich nicht mehr so verletzen, das ist das Letzte, was ich rühre. Und wir zwei haben uns verfehlst, ist das doch bitte gar nicht mehr wie das Spiel. Und wir zwei haben uns verfehlst, wir haben uns verfehlst, wir haben uns verfehlst, wir haben uns verfehlst. Wir haben uns verfehlst, wir haben uns verfehlst. Du, ihop, lette noch, 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 und und ich war's jedes, das Wort klar, und und ihop, da auch zu noch, und ich sag, dass du noch mehr aufdannst, vor Lure Fiatzer, Wenn man ruhig geht's an, wenn du bitte ruhig geht's an, an mir. Es ist okay, wenn du zurückziehst, tagelang du auf mich bist. Ich muss nur wissen, dass die Jürgen waren, wie du wieder fiel. Wie du wieder fiel. Wie du wieder fiel. Ich muss nur wissen, dass die Jürgen waren, wie du wieder fiel. Ich muss nur wissen, dass die Jürgen waren, wie du wieder fiel. Ich muss nur wissen, dass die Jürgen waren, wie du wieder fiel. Ich muss nur wissen, dass die Jürgen waren, wie du wieder fiel. Ich muss nur wissen, dass die Jürgen waren, wie du wieder fiel. Ich muss nur wissen, dass die Jürgen waren, wie du wieder fiel.